Tja, wie ist was los? Ne? Jetzt ist es auch schon wieder leer. Eieiei. Komm, mach dich raus. Da liegt noch genug rum. Das war das Blaumeißchen. Tja, Eichhörnchen stört. Da versucht euer Glück hier drin, ne? Ja, noch einer. Stuhlandung. Schön. So, und du willst nicht weg, ne? Nein. Aber jetzt. Ja, Eichhörnchen. Was hast du mit denen gemacht? Sind sie doch sonst auch neben dir. Naja. Was hast du mit denen gemacht? Ja.